Ultraschallschweißen ist eine beratungsintensive Technologie, die wir vor Ort zu unseren Kunden bringen. Dazu gibt es verschiedene Hermann Ultraschall Tech Center. Seit der K2010 haben wir sechs weitere Tech Center gegründet. Herzlich willkommen in unserem Ultraschall Live Labor. Wir möchten Ihnen heute einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben, so wie wir die Anwendung zusammen mit unserem Kunden lösen. Dieses Labor ist eine Kopie unseres Labors in Karlsbad, als auch in Chicago und in China, sowie auch in unseren Tech Centern in Istanbul, in Neu-Brenou, in Budapest, in Polen, in Katowice, sowie auch in Benelux, Walzrode und Frankreich. Ich möchte Sie einladen, einmal einen Blick zu bekommen hier in unser Labor. Wir lösen ja mit dem Kunden zusammen immer die Anwendung, schon in einem sehr frühen Stadium. Hier sehen Sie, wie wir die Bauteile untersuchen mit unserer Hochgeschwindigkeitskamera. 0,1 Sekunden Schweißzeit haben wir hier und diesen Schweißprozess haben wir dargestellt in einem Bildabschnitt von 10.000 Bildern pro Sekunde. Hier können Sie dann sehen, wie die Schmelze gebildet wird, als auch die Eigenbauteilfrequenzen und die uns dann auch helfen, den Schweißprozess zu optimieren und Fehler zu finden. Des Weiteren möchte ich Ihnen zeigen, dass wir noch Mikrotomschnitte vornehmen können. Das heißt, wir können das Bauteil zerschneiden in ganz dünne Scheiben und können es dann an einem Durchlichtmikroskop genau betrachten. Wir betrachten dann dort auch die Schweißstelle und sehen dann auch, wie hat sich die Schmelze ausgeformt und wo kann man eventuell das Bauteil optimieren. Wir betrachten dann auch, wie wir die Schmelze im Norden gehen. Vielen Dank.